wir machen einfach mal kommen wir machen mal top sie elektro pokémon natürlich geil jetzt oder ein pflanzen pokémon weil wir mal so was die körper unseren quatsch da gibt es echt viele angler im spiel die irgendwie fünf körper das haben und die kann nix die machen platz die ganze zeit und das ist ein bisschen dumm wollen wir es auch so krass die entwicklung von ich finde die krass der entwicklung ist sowieso von körper dort zu gar aus bei körper kann nix und gar das ist eines der stärksten pokémon das ist krass quapsel für den knutschmund bitte nicht sehr gut wie bloß ist gar nicht gut da schlaf man nämlich ein kopf quapsel hat auch drei entwicklungen wird zu kappos letzte kapsel wird zu kaput sie und dann zu kappos ich glaube kriegt man nur durch tausch oder so oder irgendwas mit dem wasserstein oder wo ich jetzt gar nicht mehr hypnose hat keine wirkung warum auch immer so das war ja einfach 132 nehme ich gerne ach mit angler ach mit wegen dir habe ich den fisch verloren du bist schon dick genug du hast kein fisch zum essen der hat bestimmt nur körperloss ja der hat vier körperloss und die bringen kaum die bringe ich gar kein ep ich habe irgendwie 20 oder so ziemlich dumm eigentlich gegen die zu kämpfen wir sind schnell down 21 guckt euch das an das ist ein witz aber klein viel macht ja auch mist von daher einfach mal ein paar davon killen ich bin abgerutscht ist egal ist tot krass jetzt kommt gleich so ein körpern oder 100 das flecht uns richtig weg wie wie oh level 15 ich habe mich gerade gewundert warum das auf einmal als erstes pokémon angreift aber das ist ja level 15 das ist dein stärkstes pokémon auf jeden fall von level 15 nicht schlecht ich glaube kapador entwickelt sich auch entwickelt sich erst ziemlich spät zu garados irgendwas in den zwanzigern und dreißigern dann ziehe ich mich mit so einem blöden kapador rum ey das ist auch nicht so schön problem ist ich habe an sich schon wasser pokémon kap also gar das brauche ich an sich nicht aber kapador äh quatsch gar das sieht glaube ich auch als drachen pokémon und das witzige ist ich weiß nicht ob sie diese edition oder in dieser edition auch so ist aber in irgendeiner konnte ich gar das auf jeden fall fliegen beibringen das konnte fliegen was ist denn das also ich glaube das ist ein drachen pokémon wenn ich mich nicht irre wenn man sich garados anguckt das hat auch kleine flügel hier irgendwo am kopf aber die sind so klein die reichen nicht zu fliegen goldini gold king ist zum beispiel cool ja gold king gold digger die haben alle so komischen knutschen und guckt aber auf den mund immer so ein knallroter oder pinker mund sind aufgeblasener so mit botox drin neis level 15 level 16 entwickelt sich ruckzuck ist geil ruckzuck ist so eine attacke die setzt immer wird immer als erstes eingesetzt also die trifft immer als erstes wenn man die einsetzt ziemlich geil und macht auch eigentlich gut schaden das war eine normale attacke war ist auch gar nicht mal so verkehrt so ich habe genug ich glaube hier oben gibt es auch schon politisch also hier in dem in dem bereich wenn ich mich nicht komplett irre felino für die ist auch wasser pokémon ich glaube wasser und typen oder so oder nur wasser guck mal hier ruckzuck ist jetzt zack oh ja das bockt schon ich weiß nicht das ist einfach klar effektiv gegen pflanzen pokémon nö eigentlich nicht so hätte ich eigentlich gedacht weil ich dachte immer so dass wasser irgendwie die flügel nass macht von irgendwelchen vögeln und die den abstürzen keine ahnung vielleicht denke ich einfach zu kompliziert vor allem der unten ne der typ gerade hat uns mehr geld gegeben als der arena leiter falk der das was doppelt gegeben hat hier das ist auch ein bisschen krass so können wir uns gar kein problem machen wenn stoßen sofort tot das hässliche pokémon was ist in euer meinung nach das hässlichste pokémon was ihr jemals gesehen habt ich müsste mal überlegen was der meins was dann richtig hässlich was dann richtig hässlich ey ich würde sagen nur fenster also mir fällt auch keine anderen ein du fluss ich bin hässlich der sabbat immer so blöd aber was du noch hässlich eben fällt echt gar nichts ein so egal es schlug viel und wir sind der will 16 oder entwickeln uns also ich bin der meinung das war der will 16 er hat mir recht ziemlich sicher dass der will 16 war erwin wie gibt er uns 1180 ihn noch nicht in der will 18 der will 16 war genau der will 16 waren die standard pokémon die anfangspokémon also kann die mani mit level 16 halt so zu keine ahnung wollen wir uns einen voltilamp fangen das hat das ist halt ein elektro pokémon ist auch nicht verkehrt eigentlich aber oh das ist doch mal hier wie gefundenes fressen ich würde sagen wir werfen pokémon fangen sie uns oder auf die paar ep die ich kriegen würde wenn ich es besiegen würde kann ich verzichten also lieber mal fangen ist auch noch männlich ist level 6 das ist krass das hätte ich jetzt nicht gedacht dann halt nochmal wir müssen noch zwei pokémon müssen uns immer pokémon kauf mal mittlerweile haben wir schon genug geld um uns immer ein bisschen was zu kaufen und zwei ist ein bisschen wenig gibt es da irgendwie einen tipp wie man es geht ich habe damals immer gedacht wenn ich jetzt irgendwie auf dem gameboy b drücke oder ganz ganz auf b drücke dass es dann ähm die chancen erhöht das pokémon halt drin bleibt weil 60 cm das ist auch ein riesenvieh ey so haben wir hier ein super ball uiuiui ich würde sagen wir wechseln mal schnell die pokémon wir wechseln mal kanimani wieder vorne hin tausch es gibt daher auch so ein item das kann man tragen das ist ein ep teiler das ist auch ganz cool da musst du halt immer switchen da kannst du einfach einen ep teiler auf ein pokémon legen und egal mit welchem pokémon du kämpfst die hälfte der ep geht immer auf dieses pokémon was diesen ep teiler trägt das ist auch immer ziemlich cool so und da wollte er noch keine elektro attacken hat können wir ohne bedenken kann jemand hinsetzen und ich hoffe mal es hat keine keine elektro attacken es wäre sonst ein bisschen scheiße jetzt ne nur teckel das macht nix gut level 13 ist das ja da wird nichts entwickelt sich zu was auch immer ich habe echt keine name im kopf ich weiß nicht wie die dinge heißen ist hier oben noch irgendwas muss man mal gucken muss man mal gucken ich würde mal schnell gucken wie lange ich ihn aufnehmen hier wie kann ich das hier so ja oh fast ne stunde krass raserei oh warum hab ich raserei eingesetzt ich bin doch bescheuert oh mein gündnis ich wollte gar nicht raserei einsetzen was hat es überhaupt für einen sinn also das wenn es das pokémon raserei verfällt was macht das dann greift es denn ganz oft hintereinander an oder verletzt es sich selbst oder was macht es ich jetzt gerne mal wissen so hierfür reicht kratzer der ist auch schon tot 50 ich meine das bringt von wenig ey das ist ein witz ne mit kanimani müssen wir eigentlich immer in hullen aufleveln also immer gegen kleinstein und und onyx onyx bringt eine menge ep auch wenn es einen niedrigen rang hat ey wie viel voltilands sind denn hier bitteschön pfff kratzer ich glaube kleinstein wäre ganz gut gegen das ding hier mit steinwurf ist hier unten schon der nächste orden oder ist der woanders das interessiert mich jetzt mal mal gucken oh hier ist noch einer noch ein trainer ne noch nicht vielleicht hier ist garantiert irgendwas ja das ist immer so dass das erkennt man wenn irgend so ein gang ist der dann irgendwie endet ist davor immer versteckt so ein item Jetzt gibt's später auch so'n, ähm, so'n, so'n, ähm, Itemfinder, den kannst du einsetzen und dann piept's halt, wenn da irgendwas in der Nähe ist, was versteckt ist, weil es gibt viele Sachen, die sind halt im Boden vergraben, irgendwie, die siehst du so nicht. Gut, wir werden jetzt mal Pokémon wechseln, weil wir haben Zubat dabei, das braucht Milch, und ich glaube, dass Voltilam sogar Blitz erlernen kann. Das würde doch mal Sinn ergeben, eigentlich, oder? Ich glaube, in der ersten Edition war es auch so, dass Blitz gar keine Elektroattacke war, das war irgendwie, äh, eine normale Attacke, von daher konnten uns auch andere Pokémon lernen, unter anderem auch Zubat, ich glaube, so war das. So, ablegen, Zubat, ah, nicht Status, nein, ich verklick mich immer hier, ablegen, so, weg mit dir, weg mit dich. Äh? Habt ihr Voltilam schon dabei? Ach, ist er schon dabei, na Mensch, guck dir das mal. Wir können ja mal gucken, ob wir das, Beutel, Blitz, okay. Ja, Voltilam könnte es theoretisch lernen, ich lass das mal sein, weil das Ding ist mit VMs, die kannst du nicht verlernen, also du kannst nichts überschreiben, sag ich mal. Es gibt irgendwo einen Typen, der, ähm, der kann VMs abtrainieren, sag ich mal, aber das war noch lange nicht. Falk, Vogeltrainer Rico. So, und jetzt gehen wir durch die Höhle gleich durch und da gibt's ganz viele Pokémon, die wir schön mit Karnimani besiegen können, also wenn wir aus der Höhle rauskommen, ist Karnimani auf jeden Fall entwickelt. Das, so viel kann ich jetzt schon mal dazu sagen. Ich erinnere mich, ich erinnere mich, lang, lang ist her, aber das war ein Volltreffer, dann haben wir fast gestorben hier. Noch eins. Weißt du was, wir wechseln einfach mal auf Kleinstellen, weil Kleinstellen ist sehr, sehr effektiv gegen diese Pokémon. Und vor allem können wir Karnimani gleich in der Höhle trainieren, von naja, lieber mal ein bisschen mit Kleinstellen als Level 10 oder so, oder? Oder wird 12 mit, aber das ist ja schon ja voll verplant. Das ist sehr effektiv und das ist tot. Ich hätte schon gern Geowards, aber ich kriege ja leider nicht. Das ist schon ein cooles Pokémon an sich. Das sieht vor allem cool aus. Schnabel, uh, das macht extrem viel Schaden, wie ihr gesehen habt. Ich weiß gar nicht, was besser ist. Habitag besser oder Taubsi? Also zum Schluss wird der Habitag zu Ibitag und Taubsi halt ganz zum Schluss zu Tauboss. Aber was ist davon besser? Habit, äh, Ibitag oder Tauboss? Du, 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 wie so eine verrückte Musik, ey. Also hier gibt es wirklich viele Pokémon, so Stein-Pokémon und Boden-Pokémon, die machen eigentlich, das ist ein ziemlich gutes Futter für mein Karnimani. Also einmal Ackerknarrensding ist weg. Und wir sind Level 14 damit. Yo, nice. Aber wie heißt denn die Weiterentwicklung davon? Karnimani? Karnimani? Die letzte ist Impergator. Impergator. Imperator. Aber die dazwischen. Fällt der Name echt nicht ein. Hat der einen Onyx? Onyx, nice. Ich liebe Onyx. Das ist eines meiner Lieblings-Pokémon. Und das Ding ist auch riesengroß. Wir können gleich mal gucken im Pokédex, wie groß und wie schwer das ist. Weil das dürfte jetzt im... Ah ja, dürfte jetzt einen Eintrag haben im Pokédex. Ach, Ackerklarer, das Ding ist gleich tot. Oh, ja, das war ja auch geil. 253. Das kann man mit Onyx gut aufwählen, auf jeden Fall. So, was hat... Ah, ich wollte ihn nicht anquatschen, mann. Ach, wieder einen Trank. Was soll ich mit dem ganzen Trinken? Ich habe bis jetzt noch nicht einen Trank eingesetzt, ey. So, gucken wir mal schnell... Nein, ähm, Pokédex wollte ich gucken. So, Pokédex. Onyx, 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 Onyx. Onyx. Da. Ach, steht nicht da, was denn das? Das ist doch scheiße. Ich glaube, das ist irgendwie so um die 8 Meter. Keine Ahnung. Auf immer, das ist richtig schwer, das Ding. Das müsste an sich, man. Das müsste an sich irgendwie eine Tonne wiegen, eigentlich. Aber das wiegt irgendwie so 100,000 Kilo oder so, 200. Ey, wir wollen jetzt bei diesen Typen, bei diesen Wanderern, den Bauch. Also jetzt nicht hier, sondern wenn die so siehst du im Spiel, wie sie da stehen. Das ist nur so eine kleine Wölbung, irgendwie so ein ganz komischer. Alter, ich gleich dann mit den weißen Augen, ey. Keine Pupillen, das sieht voll crazy aus. Boah, der Sound gerade richtig abgefreakt. Ich sag euch, wenn wir draußen aus der Höhle ist, mal Level 16, haben wir uns entwickelt. Guck mal, das geht echt schnell hier. Das ist wirklich wie so ein Paradies zum Aufleveln für Wasser Pokémon. Guck mal. Bis zum nächsten Mal.